Hey, störe ich? Nein, was gibt's? Etwa? Ja, kommt doch an! Alambambam, nein, was gibt's? Ich habe mir überlegt... Du gehörst ja irgendwie jetzt dazu. Und da habe ich mir gedacht, ich leite dir einfach noch ein paar Bilder von Hannah hoch. Ich will, dass du sie kennst, soweit das jetzt wirklich ist. Als ich mir das vorhin überlegt habe, kleines nicht zu dämlich wird. Du scheinst doch etwas dämlich zu sein. Das wäre wirklich gut. Her mit Pex! Smile! Was mache ich hier eigentlich? Wieso tue ich das? Vielleicht hilft es dir ja, dich zu erinnern. Und das Bild, das du vorhin von Hannah gesehen hast, war einfach ungünstig. Und abseits davon habe ich deine Nummer ja von ihr. Ja. Vielen Dank, lass mal dabei. Es geht ja vielen so an Namen nicht auf erinnern können. Ich kann mir Namen besser als Gesichter merken. Ja, ist bei mir auch so. Was ist jetzt mit den Bildern? Mit den Pex! Also wenn wir jetzt geschrieben hätten, ja mit den Pex und mit den Bildern, dann hätte es ein Chat mit Clio glaube ich noch gegeben, dass wir ganz komisch drauf sind. Dann ist es ja umso wichtiger. Also, ich lad sie dir an mein Profil hoch. Jo. Schau sie dir an, wenn du Zeit hast. Mach ich. Ich mag sie nicht. Warum sind wir noch mal hier im Profil? Keine Ahnung. Omas Apfelkuchen. Omas Apfelkuchen. 130 Gramm Butter. 130 Gramm Zucker. 3 Eier. Eine Prise Salz. 2.200 Gramm. 1 Teelöffel Backpulver. Und dann sind wir schon wieder weg. Und 3 bis 4 Äpfel. Alles zusammen, mach 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 mach. Und dann bin ich der nächste Apfelkuchen. Nein, Omas Apfelkuchen. Ja. Henna, bei einem Kaffeesaufen. Na, trinken. Bei einem Kaffee trinken. Ich hab schlurfen. Da war wieder hin. Ja, ich hab versucht, Wand zu suchen. Henna auf der... Küchen in Tresen. Nee, auf der Arbeitsschläche da. Ja. Henna auf dem Balkon, die so... Na? Hä? Und Henna beim Sonnen. Die nach dem Sonnen seltsam Muster haben wird. Das Quatsch. Oh, da bin ich. Mal sehen, wann er online kommt. Aber Jessie hat geschrieben. Hallo Alec. Ich bin Jessie. Ja, wer sonst? Oh, James. Steht ihr da. Jessie. James. Jetzt check ich wieder ewig nicht, dass ich eine Nachricht schreiben muss. Ja. 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 Wie immer. Deswegen spiele ich das ja jetzt. Was willst du nicht sagen? Winke, winke. Freut mich, Jessie. Jam. Miauts. Genau. Oh, ich. Genau. Genau. Winke, winke. Ja. Ein Urf. Ja. Haha. Ha ha ha. Der Urf. Ich dachte schon, du denkst schlecht über mich, weil ich vorhin im Gruppenchat off bin. Ich muss das erstmal überdenken, weißt du, ist schon eine komische Situation, aber jetzt habe ich meine Meinung geändert und will dich kennenlernen. Warum hast du denn deine Meinung geändert? Ich glaube, so ein bisschen aus dem selben Grund, aus dem du zur Glück jetzt gehörst. Neugierde? Ja, das hilft es eigentlich ganz gut. Also, ich habe gerade ein bisschen Zeit zu quatschen, wenn du willst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin bei der Arbeit. Und wenn Richie kommt, muss ich schnell weg vom Handy. Wo arbeitest du denn? Bei Rogers Garage. Garage? Egal. Bei Rogers Garage, ja. Das ist die Werkstatt von Richies Eltern, aber er leitet sie. Naja, alle nennen es eigentlich nur den Autofredhof. Ich kümmere mich um das Büro. Also, das Telefon, Mails, Rechnungen. Alles, was Richie nicht kann. Traumjob. Klingt stressig. Und um dein Handy? Ja, darum kümmerst du dich auch, ja. Naja, Traumjob ist es. Ist sie mit Richie zusammen? Ich spoiler nicht. Du schweigst und genießt. Okay. Ja, nee, aber das frage ich mich jetzt. Entweder sind es eine Geschwister oder die sind ein Pärchen. So. Das klingt... Stressig klingt es nicht. Wenn sie es gelernt hat, ist es okay. Aber ich kann ja mal fragen. Vielleicht hat sie es ja... Nee, stresse ich nicht. Hab ab dem auch nichts zu tun. Richie sollte mich trotzdem nicht ans Handy sehen. Äh, am Handy sehen. Mein Gott. Dann sei lieber vorsichtig. Also, ich hätte ein schlechtes Gewissen. Nee, er geht heutzutage nicht heimlich ans Handy. Du könntest dir sicherlich etwas suchen. Ich werde es ihm nicht verraten. Ich tu mal auf. Wie du brauchst hier? Geht die jetzt auf, dann? Links aktualisiert. Ähm, okay. Jetzt weißt du was von mir. Du bist dran. Hm, muss ich. Okay. Was willst du denn wissen? Warum das denn? Nee, erst noch was über dich. Super. Was ist die Tufel? Irgendwann. Jetzt erzählt sie wieder was von sich? Nee, doch nicht. Ah, ja. Sommer oder Winter. Ich hab Herbst genommen. Gibt's das so eine Antwort? Ja, ja. Sommer, Winter, Herbst, Frühling. Aber Herbst ist eh... Also, ich hasse Sommer und ich hasse den Winter. Ist beide scheiße. So. Entweder Frühling oder Herbst. Frühling ist doof. Wegen tollen Bla hast du nicht gesehen. Ich nehme auch den Herbst. Hey! Was sind die so blöd fragt? Jetzt kriegst du eine blöde Antwort. Das stand doch gar nicht zur Debatte. Schnauf. Gut, ich bin wieder dran. Sie ist so nervig. Ich mag sie auch nicht. Naja, es ist halt... Hm. Ich reise total gerne. Ich nicht. Ich war erst in Paris. Ja, Wunderbärchen. Wächst da drin ein Baum? Unten drunter? Ja. Mit... Okay. Wie sieht's bei dir aus? Reischst du auch gerne? Und wie? Ich war noch nie wirklich auf Reisen. Nein, eher weniger. Hm. Wir haben nichts gemeinsam. Gibt's auf. Vielleicht endest du ja deine Meinung und kommst mich mal besuchen. Wo wohnst du? Ich mach nur Spaß. Nein, Dachsbrot. Ach so. Wir wohnen ja nicht da. Ach so. Okay, du wieder. Dach, was ist denn? Ist ein Ort. Richie kommt. Muss... Auf. Was ist hier los? Oh, geheimer Chat wieder? Ja. Thomas und Clio. Ich hab für Alec ein paar Bilder von Henna geuploadet. Ja? Hm. Fühlt sich komisch an. Weshalb denn? Ich weiß auch nicht. Am Verhalten von Alec war jedenfalls nicht seltsam oder so. Hm. 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 Das heißt, du kannst noch keine Schlüsse daraus ziehen, welche Rolle Alec wirklich spielt. Nein, endlich nicht. Ach, kein Plan. Vergiss das einfach. Bis später. Okay. Okay, jetzt sind beide offline. Die würden wir ja gleich schreiben, ne? Ja. Oh, ja. So. Ja, hi. Da ist sie ja wieder. Jetzt haben wir hier ne Feder. So süß. Na, ich hab sowas nicht, deswegen. Ach man, jetzt hab ich vergessen, was ich vorhin fragen wollte. War bestimmt nur was Unwichtiges. Das ist doch besser so. Ja. Du sprichst nur aus der Seele. Es fällt dir sicher irgendwann wieder ein. Ach, schade. Mach doch nichts. Also, mir hat Spaß gemacht. Mir nicht. Du bist verdächtig fröhlich. Ja. 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 Also, an deiner Stelle wäre ich echt besorgter. Bist du nicht mit Hannah befreundet? Ich meine, ja. Aber da wird's vielleicht sowas antworten wie, naja, was soll ich denn machen? Jetzt Trübsalblasen bringt doch auch nichts. Irgendwas in der Richtung, wirst du? So. Ähm. An ihrer Stelle wäre ich besorgter. Ist das die beste Freundin von Hannah? Nein, Cleo. Okay. Dann, naja, dann ist es nur eine Freundin, wirst du. Und dann bist du nicht mit Hannah befreundet. Na gut, da können wir gleich mal ihre Konstellation klären, wenn wir das fragen. Doch. Klingt sehr, sehr überzeugend. Könnte man nicht meinen. Dann bist du keine gute Freundin. Dein Verhalten ist etwas unpassend. Damit finden wir wieder den Bogen zu der Fröhlichkeit. Hannah ist seit drei Tagen verschwunden. Ja, ein Grund für Panik. Verstehe das nicht falsch. Klar mache ich mir Sorgen. Aber ich kann nichts tun. Ich finde es sehr schrecklich. Wie sich die anderen verhalten. Und ihre Einmischerei. Hä, sollen sie die Füße stillhalten? Die. Äh. Für sowas ist halt die Polizei da. Aber die anderen tun so, als können sie es besser. Ja, hat sie recht. Aber ich meine, wenn meine Freunde oder Freundin verschwunden wären, würde ich doch auch alles Mögliche selber tun. Und mich nicht nur auf andere verlassen. Weil andere können auch Scheiße bauen oder keinen Bock haben. Hö. Wegen denen landet noch einer unschuldig im Knast. Und ich bin aber die Böse. Ja. Ich kann dich absolut verstehen. Ganz ruhig. Ich wollte dich nicht beleidigen. Wenn wir schon mal Geld für Sterne ausgegeben haben, benutzen wir den Stern jetzt auch. Ach so. Das klang eben noch ganz anders. Ja. Ich glaube, ich muss ihn ein bisschen dem nicht ersprechen. Naja, nee, sie klingt schon ganz gut bei dir. Ich bin nicht der Typ Frau, der jetzt nur noch einen auf Depri macht. So wirkt sie auch nicht. Muss ich sagen. Und ich dachte, die anderen trauern... Trauern doch. Doch, trauern dich schon genug voll. Ja. Und ich dachte, die anderen trauern dich schon genug voll. Ist auch eine schlimme Situation. Da bist du wirklich eine willkommene Abwechslung. Das kannst du aber echt laut sagen. Es geht. Der Einzige, der in Panik ist, ist eigentlich Thomas. Aber es ist auch seine Freundin. Aber er benimmt sich auch sehr zwielichtig, muss ich sagen. Es ist eine schlimme Situation. Ist klar, jeder geht damit anders um. Du bist eine willkommene Abwechslung. Naja, sie... Obwohl, Ruchi versucht auch ein bisschen, diese Fröhlichkeit im Gleichgewicht zu halten, habe ich das Gefühl. Also so ein Optimist zu sein in der Gruppe. Und bei ihr ist es so gespielt fröhlich. So, ich mache jetzt das, ja. Das muss ich jetzt aber noch fragen. Ja, dann hau raus. Kaka, findest du nicht verdächtig? Jeder ist verdächtig. Ein bisschen? Warum ist dir das wichtig? Nein? Ja, sehr sogar. Also ich finde sie nicht so verdächtig wie Thomas. Wen ich absolut gar nicht verdächtige, ist der Hacker. Ja, muss ich sagen. Den verdächtig ich nicht, weil der, der... Ich glaube, der will gut von allen am meisten helfen. Auch wenn ich sehr... Es ist sehr komisch, dass ich ihm alles zuschicken darf und den anderen nichts sagen darf. Ja, ist richtig. Aber vielleicht weiß er auch in Fallen mehr als alle anderen. So. Ich verdächtige sie aber nicht. Eigentlich verdächtige ich sie nicht. Sie ist halt... Ja, sie ist halt sie. Nein. Na gut, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Arbeit hier. Ja, dann gehe ich arbeiten. Wir schreiben später wieder, okay? Jo. Okay. Ich freue mich drauf. Bye. Bye, bye. Bye. Aber der reagiert ja gar nicht. Noch nicht, nein. Und? Was und? Na, ich habe sie mir doch angeguckt... Hey, sag mal! So blöd bin ich nicht! Hast du dir die Bilder von Henna angeschaut? Kennst du sie vielleicht doch? Sie kommt mir schon bekannt vor. Habe ich noch nicht gemacht. Ich kenne sie wirklich nicht. Soll ich einfach mal so tun, als würde ich sie kennen? Weiß ich nicht, ich muss mal ausprobieren. Ich wusste es. Jetzt mache ich noch eine Hoffnung. Der arme Sau. Mhm. Es wird dir bestimmt wieder einfallen. Bumm! Und weg ist er! Gerade jetzt würde ich doch noch mal... Nein. Also, das Recht schreiben. Babe! 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 Entschuldige, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Fund Nummer 3? Ja, wenn du richtig zählen kannst. Ey, sei nicht so frech zu ihm. Er ist toll. Kannst du was damit anfangen? Fund Nummer 3! Du kommst spät. Was hast du getrieben? Ich war beschäftigt. Mhm. Mit meinem Computer. Ich werde versuchen, einige Informationen über diese Bilder herauszubekommen. Hau raus. Was denn zum Beispiel? Du wirst schon wissen, was du tust. Bei ihm habe ich jedes ausgekostet. Und wenn ich noch so dämliche Antworten gemacht habe, hauptsache, ich habe mit ihm geschrieben. Äh, Metadaten. Wo wurden diese Bilder aufgenommen? Wann hat Hannah sie in ihre Cloud geladen? Umso mehr ich weiß, umso besser. Gib mir ein wenig Zeit dafür. Noch etwas. Du kriegst alle Zeit der Welt, Junge. Ich habe eine Spur für dich. Oh. ID 47013. Die Polizei hat ihre Augen auf Thomas gerichtet. Den Freund von Hannah. Du solltest deinen auf jemand anderen richten. Ach, wer kommt denn jetzt? Okay. Ah, ja, ich weiß jetzt, wer kommt. Okay. Warum sollte ich? Was soll ich mit der ID? Ich soll die Nummer anrufen? Das ist doch keine Telefonnummer. Bist du dumm oder so? Obwohl, aber da redet er vielleicht mit mir und hält mich für dumm. Nein. Ich hätte ein Ausrufezeichen, nein, sag ich jetzt, nein. Nein, so ist auch nicht. Dummbarz. Gib sie in das Kontaktfeld ein. Du findest es rechts oben in der Nachrichtenübersicht. Okay. Also 47013. Ja. Genau, äh, 47013. Und tatata, wie kommt denn da? Wo ist noch, ähm, genau, was? Oh, mein Gott. Dann. Mhm. Du hast dann hinzugefügt. Och, nee. Nee, nee, nee. Ich mag ihn irgendwie. Doch, doch, doch. Was? Nee, nee, nee. Also, hallo. Was? Nee, nee, nee. Ich sollte dich etten. Nee, da würde ich mich verraten. Ich mach das. Wer hat dich auf mich gehetzt? Das war Thomas. Clio war's. Jessie. Dieser Hacker. Babe. Mit Thomas hat er ja eh zu. Tschüss. Ja. Das heißt, wenn ich den jetzt ankreide, wird er sich mit ihm streiten. Tschüss wahrscheinlich. Clio? War die rothaarige? Nee, die andere. Die Backtussi? Ja. Okay. Die mag ich nicht. Ich mag die auch nicht. Ich mag die von allen am wenigsten. Ja. Jessie? Jessie ist die rothaarige. Nee, doch, ja. Jessie ist die rothaarige, ja. Hier, komm, hau raus. Ich mag die nicht. Scheiß drauf. Kannst ja offline gehen, wenn ich dich nerve. Ist mir sowas von egal. Na, dann frag doch nicht erst. Können mich alle mal gleichermaßen. Und du lässt mich in Ruhe. Ja, ja. Ja, ja. Schreibt ja gleich mit Jessie, ja. Alec hat mich angeschrieben. Tja. Was, Tja? Tja, halt. Soll ich sie machen? War doch irgendwie klar. Tu nicht so überrascht. Hm. Du verhältst dich wie der Hauptverdächtige. Dann bist du für alle auch der Hauptverdächtige. Punkt. Genau. Ey, die ist echt nervig. Ganz einfach. Weg ist er. Ja, klar. Jetzt bin ich wieder die Böse. So wie immer. Hast du doch schon den letzten Shit gemerkt. Tschüssi. Tschüssi. Ups. Babe. Komm mit, babe. Oh, oh, oh. Hast du Angst? Nein. Ich kann dich sehen. Du hast dich erst. Willst du, dass ich komme, um dich zu hören? Jetzt klinge ich scheiße nicht an. Ich will dich nicht in Angelegenheiten eingehen, die dich nichts angehen. Aber das macht dann jetzt wieder verdächtig. Wisst du, der geht raus und kurz danach kriege ich einen Anruf. Möchte ich nicht einbedingen, die dich nichts anheben. Wisst du, das macht doch dann jetzt wieder verdächtig. Aber eigentlich habe ich den vorher gar nicht verdächtigt. Ding ist es on. Babe? Ja? Ah, 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 ah. Geh ran. Schreib mit, babe. Ja. Willst du schreiben? Achso, ich bin dran. Okay. Hey, bist du da? Warst du das gerade? Ich muss mit dir reden. Das war er nicht. Er klingt ganz anders. Auch wenn die Stimme verzarrt ist. Das war zu hoch. Also, wirst du? Hm. Und natürlich ist er da, wenn er online ist. Sag mal. Also, ey. Ich muss mit dir reden. So. Hast du etwas herausgefunden? Irgendein Idiot hat mich angerufen und mir gedroht. Ich habe einen Drohanruf bekommen. Ich weiß nicht, ob er es mag, wenn ich locker schreibe oder direkt. Er selber schreibt ja immer gewählt. Also, er drückt sich gewählt aus. Ich drücke mich mal auch gewählt aus. Oder ich mache mich da sympathisch. Einen Drohanruf. Alec? Ja, so heiße ich. Das war höchstwahrscheinlich deren Führer. Woher hat das Ding meine Nummer? Ja, das ist bis jetzt auch noch die Frage. Also, jetzt schon noch in der Neunten. Woher hat das Viech unsere Nummer? Was hat er zu dir gesagt? Dass ich mich raushalten soll. Naja, gruseliges Zeugs eben. Woher weißt du, dass es ein R war? Das ist doof, dass ich mich Nummer 1 schalte. Es klang zu hoch für ein R. Auch wenn es verzerrt war. Er will wissen, was... Also, ich könnte jetzt... Na gut, okay. Ja, klar. Er könnte wissen, dass es ein R war, weil er die Entführung gesehen hat. Man könnte eventuell an der Körperstatur erkannt haben, dass es ein Mann war. Weil er war ja dabei, als sie entführt wurde. Hat er ja gesagt. Deswegen... Ich weiß nicht, ob die Frage so sinnvoll wäre. Das zweite nehmen wir gar nicht. Das ist wirklich sinnlos. Aber, dass ich mich raushalten soll, würde halt seine Frage auch beantworten. Weißt du noch, was du genommen hast? Na, ich hab er genommen. Okay. Ich will ja andere Gespräche, weißt du? Und wie klang er... Jetzt kommt's wie Darth Vader. Pass auf. Ja? Ach, Sky, jetzt antworten? Beängstigend. Wie ein Irrer, würde ich sagen. Kennst du Darth Vader? Also ich hab dieses Darth Vader genommen. Ja, okay, wer ein Hacker ist, kann doch gleichzeitig ein Nerd sein, ne? Okay, ich muss gucken, selten Hacker, die kein Nerd sind. Beängstigend war es nicht wirklich. Es war eher komisch. Also ich musste grinsen. So. Du kriegst doch noch ein paar Videoanrufe dann später von ihm. Checkt das mein Gesicht? Nee. Okay. Du siehst nur die immer. Okay. Scheint ihr nicht so gut zu gefallen. Du bist dran. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich glaub, ich sollte ein Rat... Mehr fällt dir dazu nicht ein. Okay. Okay. Ich glaub, ich sollte seinen Rat befolgen. Und was jetzt? Ich glaub, wenn ich das mache, versucht er mich wieder auf seine Seite zu ziehen. Also so, nee, komm, mach mal einfach mal. Oh, wie ist er gleich? Was? Nein. Aber sofort. Was? Nein. Wir sind die Nachricht auch noch nicht mal eine Sekunde da. Du hast absolut keinen Grund zur Sorge. Mich hat eine fremde Nummer angerufen. Wir alle sind fremd. Ich bin in irgendwas hineingerutscht, womit ich nichts zu tun haben will. Ganz im Gegenteil. Nochmal. Ganz im Gegenteil. Wir können diesen Anruf als etwas äußeres Positives betrachten. Wow. Dass ich mit jemandem... Kannst du mir das erklären? Pimp, bitte was? Weil ich angerufen wurde und nicht du? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Tun wir mal panisch. Ja. Denk doch mal nach. Kenn ich mich. Ja. Es kommt aus sein Versteck heraus. Achso, er! Na mal. Er kommt aus sein Versteck herausgekrochen. Mann, nochmal. Er kommt aus sein Versteck gekrochen. Verlässt seine Defensive. Dadurch wird er angreifbar. Womöglich macht er sich Sorgen wegen dir. Schön, dass ich ihn kenne. Ja, sogar ziemlich sicher. Mhm. Du weißt mehr als ich. Lass Babe aus dem Spiel. Er ist gut. Das ist wirklich sehr gut für uns. Ich sag ja nein, aber ich meine eher der Entführer. Warum sollte er sich denn Sorgen um mich machen? Woher kennt er mich? Na, aber wer jetzt ihn als Konkurrenz? Okay. Ich glaube, das war Den. Es hat ihn verdächtig gemacht. Ja, er geht aus dem Chat und kurz danach kriege ich einen Anruf. Aber es war zu hoch für Den. Also, es klang nicht wie ein Mann hinter dieser Stimme, fand ich. Das war meine allererste Dings. Also, ich kann ja, das ist meine Dings. Ich denke, dass dieser Entführer Henner ist. Dass er sich selber entführt hat? Ja. Ja, naja. Aber es ist bis jetzt noch nicht raus. Aber das ist schon so, wo ich das allererste Mal gespielt habe, dachte ich so, ja, könnte ja auch Henner sein. Weil ich denke mal, die hat vielleicht keinen Bock mehr oder irgendwas ist dann noch. Na, du wißt ja nicht, was Thomas gemacht hat in der Beziehung. Genau, das ist ja auch noch nicht rausgekommen. Jeder hackt auf jeden rum und keiner weiß. Also, es war nicht Den, glaube ich nicht. Das war, das war zu hoch für einen Mann, fand ich. Der ist einfach, der will sich ruhig einfach wirklich nur raushalten. Der hat keinen Bock auf die ganze Scheiße. Der hat einfach nur keinen Bock. Ich hoffe, du hast recht. Ich mache mir eher Sorgen wegen ihm. Dann, naja. Wenn er sich Sorgen um mich macht, den Entführer, mache ich mir Sorgen um ihn. Ich bin glücker als er. Das musst du nicht. Sei mir nicht so einfließend, Baby. Wir sind ihnen auf die Fersen. Wir sind ihnen auf den Fersen. Du darfst keines der Gruppe vertrauen. Ich versuche eher, dass alle mir vertrauen. Keinem einzigen. Nicht mal dir. Babe. Verdächtigst du bereits jemanden? Ja, verstehe. Einschließlich dir. Nein, ihm vertraue ich. Also, noch vertraue ich irgendwie. Nein, nicht. Warte mal. Ich glaube, ihm vertraue ich bis jetzt am meisten. Ist ja auch Babe. Dem Rest, es gibt einen Teil, den verdächtigt, aber ich will erst mal, dass alle mir vertrauen. Ich will auch, dass er mir erst mal vertraut. Ich will erst mal alle auf meine Seite ziehen und dann kann ich immer noch aussortieren. Und dann kann ich immer noch aussortieren. So, und ich sag's nochmal. Wir haben bezahlt, also nehmen wir den Sternen. Das möchte ja auch sein. Ich möchte, das ist mal eine gebrechigte Frage. Wen verdächtigt er? Ja. Ach, Babe. Babe ist ein Mann großer Worte. Aber ich will deine Einschätzung nicht dadurch beeinflussen. Boah, Junge. Ich weiß aber, wie man spielt, oder? Aha, das Babe. Du hast dich bisher wirklich äußerst gut geschlagen. Wo willst du das wissen? Ich hatte recht mit dir. Wetten? Wir werden Henna retten. Ich frage mich auch, was er mit Henna zu tun hat. So. Was ist, wenn er Henna ist? Aber ich meine ja nur. Warte mal. Wir werden Henna retten. Das heißt, Henna steht ihm... Ich will jetzt gerade nicht mit dir telefonieren. Ich will jetzt erst mal reden. Also, er steht Henna nahe. Ja. Definitiv. Passiert das was, wenn ich sie weggedrückt habe? Ich will jetzt nicht mit dir reden. Die sind ja permanent. Die rufen dich dann nochmal wieder an. Ja, ich will es trotzdem reden. So. Das wäre jetzt noch zu früh. Genau. Ich habe mich gut geschlagen. Wetten, dass er... Dass er unsere Gespräche auch per Dark Chat mitgelesen hat. Wenn ich mit anderen schreibe. Natürlich ist er lecker. Genau. Von daher... Von daher weiß... Kann er ja auch sagen, dass er mich gut einschätzen kann, weil er ja alles mitgelesen hat. Also er weiß ja auch, wie ich einschätze. Und jetzt gehe ich ran, wie oft zu nerven. Hey, ich hoffe, ich störe dich nicht. Doch, ich habe dich dreimal weggegriffen. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und habe es erfahren. Es wurde eine Leiche gefunden. Die haben bis jetzt noch nicht viele Informationen rausgelassen. Nur, dass es entscheidend eine Frauenleiche ist. Scheiße. Ich weiß nicht, ob es die anderen schon wissen. Aber ich rufe es auf jeden Fall alle an und starte nachher eine Gruppenunterhaltung. Ich mache mir wirklich Sorgen. Wir reden später. Wir reden später. Wir reden später. Vielen Dank.